Donnarumma hat sich jetzt geäußert, nachdem in den letzten Wochen immer wieder dieses Torwart-Problem bei Paris Saint-Germain diskutiert wurde. Es ist ja eigentlich kein wirkliches Problem, es ist ja eigentlich ein Luxusproblem. Donnarumma hat Keila Navas, einen mehrfachen Champions-League-Sieger, und weiß nicht, und ein Europameister, und wer soll da spielen im Tor? Also, es ist wirklich eher ein Luxusproblem, aber natürlich wollen beide immer spielen, das haben sie auch immer wieder betont. Und jetzt, als ich nach diesen ganzen Gerüchten, dass Donnarumma auch aufgeben will, wechseln will, wieder zurück zu Mailand und so weiter, hat er sich zu Sky Sport folgendermaßen geäußert. Es ist keine einfache Situation für einen Torhüter. Er sagte, ich bin hier, um in der Startelf zu stehen, das muss ich mit Keila Navas ändern. Also, er sagt ganz eindeutig, ich will spielen. Okay, klare Worte hat er da gefunden, und da muss man natürlich auch ehrlich sein, ich kann ja beide verstehen. Bei fast allen anderen Klubs auf der Welt würden sie spielen, und jetzt gerade müssen sie sich irgendwie so ein bisschen abwechseln, so ein bisschen Jobsharing, ja. Kann ich definitiv nachvollziehen, ist auch irgendwie so ein bisschen eine Verschwendung von solchem Torwarttalent, wenn man einen der beiden auf die Bank setzt. Deswegen muss ich PSG überlegen, wen wollen sie wirklich als Nummer 1 haben. Keila Navas scheint so ein bisschen der Beliebtere im Team zu sein, aber Donnarumma ist jünger, deswegen würde ich, wenn ich PSG wäre, wahrscheinlich langfristig eher auf Donnarumma setzen. Aber was seid ihr? Eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.